Musik 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 So, jetzt erst mal runter mit dem Bad und dann rein in die Wanne. Alles schön mit der Ruhe. Die sich hegen und pflegen, sind anderen überlegen. Vor einer Stunde kriegt mich hier keiner raus. Wenn ich daran denke, wie es hier vor einem Jahr noch aussah, junge Junge hatte ich eine lange Leitung. Hier Karl, dein Badetuch. Danke, Ilse. Du liebe Zeit, ich muss mich beeilen. Die Geschäfte machen ja heute um zwei zu. Was willst du denn noch besorgen? Na, heute Nachmittag kommen doch die Ellings zu uns. Dein alter Freund Werner. Ach du meine Güte. Unsere ersten Gäste. Du weißt doch, wie sie sich freuen. Endlich unsere neue Küche und unser neues Bad zu sehen. Hätte ich doch fast vergessen. Brot und den guten Werner. Mein alter Kumpel. Schon auf der Schule waren wir dicke Freunde. Aber immer war ich ihm eine Nasenlänge voraus. Im Sport, auf der Penne, die ersten Freundinnen. Ich war nicht nur der erste, der sich ein Auto anschaffte. Auch ein Haus mit Garten hatte ich zuerst. War nicht sehr groß. Auch nicht gerade neu. Na und geheiratet hatte ich ja auch Vorwärme. Aber in einem Punkt war er mir doch voraus. In seiner Wohnung war nämlich alles schon praktisch und bequem. Was man bei mir nicht behaupten konnte. Ich machte mir damals einfach keine Gedanken, wie ich meiner Frau das Leben erleichtern könnte. Aber Ilse machte sich allmählich Gedanken. Beim Werner fing es an. Er und Ruth hatten uns vor ungefähr zwei Jahren in ihre neue Wohnung eingeladen. Ihre Wohnung in der hübschen Siedlung war genau nach ihren Vorstellungen. Voller Stolz zeigten Werner und Ruth ihr neues Heim. Sie erwarteten natürlich ein begeistertes Echo. So, meine Damen und Herren. Die Führung geht weiter. Erst zum Badezimmer bitte. Kommt ihr? Ja. Und hier ist das Bad, aus dem Werner gar nicht mehr herauszukriegen ist. Nun, gefällt es euch? Und oft. Vor allen Dingen, das Bad ist nicht so klein wie sonst in manchen neuen Wohnungen. Und die Farbe der Kacheln konnten wir uns aussuchen. Sieht doch gut aus, finden wir nicht? Großartig. Aber das Wichtigste ist für uns, überall warmes Wasser. Und wo bekommst du das warme Wasser her? Woher? Mit Strom, Karl. Ist schon sehr angenehm. Das möchte ich aber auch meinen, Werner. So praktisch und sauber, wie ihr es habt. Wenn ich da an unser Badezimmer denke. Aber ich möchte ja nicht wissen, was für gesalzene Stromrechnungen euch jeden Monat ins Haus flattern. Da bist du aber schwer im Irrtum, Karl. Stromrechnungen musst du nämlich auch zahlen. Nur mit dem Unterschied, weil wir mehr verbrauchen, haben wir einen günstigeren Tarif. Außerdem bekommst du dein warmes Wasser ja auch nicht umsonst. Und die Arbeit, lieber Karl, vergiss bitte nicht. Die Arbeit, die vor allem Ilse hat, was für uns nur ein Klick ist. Also, dein Argument zieht bei mir nicht. Aber wir wollen uns ja nicht streiten. Kommt, die Küche, unser Prachtstück ist jetzt dran. Gut, also hier würde ich mich auch sofort wohlfühlen. Siehst du, genau so ist es. Ich bin richtig glücklich. Alles ist, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Praktischer geht's nicht. Sag mal, du hast doch auch hier warmes Wasser. Wo ist denn das Gerät dafür? Ganz einfach. Schau Ilse, hier. Direkt unter dem Spülbecken ist der elektrische Speicher. Unauffälliger geht's doch wirklich nicht. Bitte? Ein Handgriff. Und sofort habe ich warmes Wasser. Du bist wirklich zu beneiden mit deiner Küche. So sauber und zweckmäßig. Tja, Ilse, wenn man alles elektrisch macht, dann ist eben alles leichter sauber zu halten. Na und du, Karl? Du sagst ja gar nichts. Hm, sehr schön und bequem alles. Fast luxuriös. Nur mach auf meinen Punkt. Das kann man doch nicht mehr als Luxus bezeichnen. Das sind doch heute alles Selbstverständlichkeiten, mein Lieber. An die Hausfrau denkst du anscheinend überhaupt. Ich weiß nicht. Von mir will ich gar nicht reden. Und außerdem, wozu arbeiten wir eigentlich? Und verdienen ganz gut, Herr Schramm. Vollkommen richtig, Werner. Du hast gar keinen Grund, unzufrieden zu sein. Du wohnst in einem eigenen Haus. Mit Garten. Man kann eben nicht alles auf einmal haben. So, und nun bin ich für Themawechsel. Wie wär's, wenn wir einen kleinen Heben würden? Das klingt schon viel besser, Werner. Das freut mich aber. Na, dann kommt mal. War ich sauer an dem Nachmittag. Es wurden aber trotzdem noch ein paar nette Stunden. Na, und Ilse? Die war ja Feuer und Flamme. Immer wieder Werners Wohnung. So ging's noch wochenlang. Mein Glück, dass dann die großen Ferien kamen. Ilse und ich fuhren zum Waldsee. Die Kinder setzten wir vorher bei Richard und Anna auf ihrem neuen Hof ab. Ich glaubte erst mal, unser Problem aus der Welt zu haben. Da kannte ich aber meine Ilse schlecht. Zuerst war's ja bei Richard und Anna ganz gemütlich. Hallo, Richard. Hallo. Herzlich willkommen, alle. Tag, Ilse. Ja, ja, ja. Lass mich nehmen die Koffer. Nein, was seid ihr groß geworden? Ja, mein Junge, wie geht's dir denn? Guten Tag, Anna. Oh, Karl, habt ihr denn eine gute Fahrt gehabt? Komm, Ilse. Ja, danke. Richard, alle Junge, wie geht's dir denn? Danke, danke. Hier, um kurz zu nehmen, du mal den Koffer. Wir haben einen Riegel. So, das finde ich aber wirklich gut. Nein, wir sind wirklich nett. Lass doch die Kinder. Na, Ilse, wie geht's dir denn? Wir haben uns eine Menge zu erzählen. Du, Richard, ich muss schon sagen, dein Hof sieht wirklich großartig aus. Ach ja, ich bin auch sehr stolz drauf. Jetzt kommt erst mal rein. Ich zeig euch nachher alles genau. So, bitte. Und nach dem Melken werden dann die Leitungen durch heißes Wasser gehalten. Mh, tolle Sache. Richard, wo sind denn die Elbchen? Hier, mein Elbchen. Pass sie ruhig an. Sie tun dir nichts. Das ist nicht so groß. Das ist aber ein feiner Stall, Richard. So, findest du. Ja, das muss schon so sein, weißt du. Komm, wir wollen uns noch die Milchkammer ansehen. Ja, gern. Ongel Richard, was ist das, eine Milchkammer? Ja, mein Kind. In der Milchkammer werden alle Geräte und Erhälter, die mit der Milch in Berührung kommen, regelmäßig gewaschen und gesäubert. Mh. Denn die Milch ist sehr empfindlich, wisst ihr. Und darum muss alles ganz sauber sein. Und deshalb haben wir auch hier einen elektrischen Speicher, damit wir immer warmes Wasser zur Verfügung haben. Ah, so ist das. Ongel Richard, darf ich nochmal in den Stall gehen? Ja, ja, geht nur. Aber bleib nicht so lange. Weißt du, Richard, ich hatte mir schon vorgestellt, dass du einen schönen Hof hast. Dass er aber so modern ist, das hätte ich nicht gedacht. Nun ja, heute muss man auch als Landwirt wirtschaftlich denken. Darum rationalisiere und elektrifiziere ich, wo es nur möglich ist. Denn Strom ist heute die billigste und zuverlässigste Arbeitskraft, die wir haben. Du weißt ja, wie schwer es ist, heute Leute zu bekommen. Tja, das weiß ich allerdings. Ah, da seid ihr ja. Na, Karl, hat es dir gefallen? Mami! Na, ihr beiden? Hier möchte ich immer bleiben. Hier ist viel schöner als zu Hause. Ach, ihr könnt ja noch so lange hier bleiben. So, jetzt geht aber erstmal schön spielen. Schau mal, Karl, jetzt weiß ich endlich, wie ein richtiger Wirtschaftsraum aussieht. Waschen, bügeln, eine Gefriertruhe, alles an einem Ort und sogar mit einer Dusche. Und sieh mal, von hier aus wird das ganze Haus mit Warmwasser versorgt. Also ich finde, bei uns ist auch alles vorher genau geplant worden. Und dann ist es kein Problem, sich gut einzurichten. Weißt du, wir nehmen Strom für alles. Im Betrieb und im Haus. Garn, das ist eine große Erleichterung. Oh ja, bei euch ist das sicher alles etwas schwieriger. Oh, jetzt wollen wir aber endlich Kaffee trinken. Ja. Höchste Zeit, ich habe einen Mordskaffeedurst. Außerdem müssen wir bald weiter. Ich freue mich ja so, dass es euch bei uns so gut gefallen hat. Vor allem eure moderne und gemütliche Küche. Wenn ich da an unsere denke... Jetzt fängt das schon wieder an. Was ist denn mit euch los? Ach, weißt du, als wir neulich bei Freunden in ihre neuen Wohnung eingeladen waren, da kam Ilse auf die fixe Idee, dass wir in unserem Hause auch alles so umkrempeln müssten. Das ist bestimmt nicht die schlechteste Idee, Karl. Ich finde sogar, das ist eine sehr gute Idee. Nicht? Redet ihr ihm mal gut zu? Auf mich hört er ja doch nichts. Lass mal, Ilse. Karl macht sich bestimmt Gedanken darüber. Karl, noch einen Schluck Kaffee? Ja. Ilse, nun nimm doch noch ein Stück Kuchen. Ja, gern. Denkt an die lange Reise, die ihr vor euch habt. Danke. Heute Abend kriegt ihr bestimmt nichts mehr zu essen. Also, so ging es nicht weiter. Unser Problem musste gelöst werden. So oder so. Davon wollte ich immer noch nichts wissen. Aber im Stillen hatte ich mir doch Gedanken über alles gemacht. So, bitte. Das ist ihr Zimmer. Dankeschön. Na, wie fehlt es dir? Ja, sehr. Wünschen Sie noch etwas? Nein, danke. Danke. Gute Nacht. Angegenehm Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Ist das herrlich ruhig hier, Karl. Hm, und die gute Luft erst. Also, ich freue mich schon richtig auf unsere Urlaubstage. Schau mal, Karl. Sogar in diesem Haus gibt's warmes Wasser. Ach, nun hör schon auf. Du wirst mir noch den ganzen Urlaub verderben mit deinem Warmwassergeräte. Außerdem kannst du die Pension nicht mit unserem Haus vergleichen. Karl, nun sieh doch ein. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Nur bei uns muss endlich auch etwas geschehen. Damit tust du nicht nur mir, sondern auch dir einen Gefallen. Na, dann hätte ich endlich meine Ruhe. Stimmt's? Auf jeden Fall hatte ich an unserem ersten Urlaubstag den Kürzeren gezogen. Aber der Urlaub stimmte auch mich fröhlich. Du bist heute überhaupt noch nicht auf dein Lieblingsthema gekommen. Lieblingsthema? Was meinst du? Tja, nun, Wohnung umkrempeln, Luxuseinrichtungen, warmes Wasser und so. Aber Karl, das Thema ist doch längst erledigt. Oder etwa nicht? Inzwischen ist ja einige Zeit vergangen. Nach dem Urlaub legte ich los. Und wie? Jetzt wollte ich es wissen. Der gute Werner und Ruth werden staunen, wenn sie heute kommen. Karl, nun beeil dich doch. Wenn du so weitermachst, bist du immer noch im Bad, wenn Ruth und Werner hier sind. Ja, ja, ich bin gleich fertig. Du mach aber. Junge, Junge, bin ich neugierig. Was die beiden jetzt zu unserer Wohnung sagen werden. Kann ich bitte mal den Flug haben? Ja, die ganze Geschichte sollte eigentlich längst erledigt sein. Weißt du, es hat ziemlich lange gedauert, bis die Handwerker aus dem Haus waren. Dafür ist doch alles besonders schön und praktisch geworden. Und es hat sich gelohnt. Ilse hat nun endlich einen Haushalt, der sie sehen lassen kann. Darauf kannst du jetzt aber stolz sein, Ilse. Mämm, ich möchte noch Kuchen. Bitte heißt er, gib deinen Teller. Papi, darf ich so? Ja, geh nur, mein Junge, aber bleib im Garten. Werner, wie wär's mit einem Cognac? Du, da sag ich nie nein. Das dachte ich mir beinahe. Für uns aber auch. Na, ich werde doch die Damen nicht vergessen. Weißt du, wenn ich an euer altes Bad denke, ist es einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, das finde ich auch. Sag mal, Karl, wie viel Liter Wasser gehen eigentlich in euren Elektrospeicher? 80 Liter. Jetzt haben wir immer warmes Wasser für die Wanne und die Dusche. Und wenn die Kinder vom Spielen schmutzig nach Hause kommen, sofort unter die Dusche mit ihnen. Für Ilse ist das natürlich eine feine Sache. Ja, sicher. So, und darauf lasst uns erstmal anstoßen. Zum Wohl. Prost. Prost. Ja, Prost. Ich muss schon sagen, euer Bad ist gut gelöst. Aber am meisten hat mich doch eure neue Küche beeindruckt. Ja, Karl war nicht kleinlich. Er hat mir fast jeden Wunsch erfüllt. Na, ihr wisst ja, Ilse hatte wirklich eine neue Küche verdient. Ich glaube, damit können wir uns schon sehen lassen. Ja, das finde ich auch. Natürlich war das Ganze nicht so einfach. Was haben wir uns in den Geschäften umgesehen und vorführen lassen? Mit einem Elektrofachmann haben wir alles gemeinsam geplant. Er hat uns mit den Stiebel-Eltron-Geräten wirklich gut beraten. Im Grunde ist doch jetzt euer ganzes Haus so gut wie neu. Dazu kann man euch nur gratulieren. Ja, da müsst ihr aber der Ilse gratulieren. Denn die gute Idee, die war nämlich von ihr. Untertitelung.ле